Also wir sind schon von Anfang an dabei beim Aquaback und das ist so eine tolle Sache, weil das ist zwar sehr anstrengend, aber es schont auch sehr den Körper. Es geht auf die Muskulatur, aber es ist trotzdem sehr, sehr, sehr angenehm für uns und wir sind froh, dass es das gibt.